Hey und herzlich willkommen, wir gehen die Minion-Instanz zweimal rein. Ich hoffe, dass ich diesmal einen Queryka kriege, damit ich euch erklären kann, wie es wirklich geht und nicht wie diesen Minion-Video, was ich gemacht hatte, wo ich nicht wusste, wie die Instanz geht, wo mir tatsächlich eine Kiste, die spawned war, was sehr unglücklich war. Wir gehen hier rein, um S-Minion Knight zu kriegen und mich haben gefragt, wie kann es sein, dass ich vier Kisten habe und nicht nur drei. Wenn ihr den Typen in der Mitte auswählt, dann werdet ihr random in einen der drei Wege reingeführt. Also, Gladdy, Templer, Queryka. Und wenn ihr das macht, bekommt ihr am Ende eine Kiste dafür, dass ihr die zufällige Kiste gewählt habt. Geil, ich bin Gladdy. Auf jeden Fall schaltet das Lootmule an, vor allem wenn ihr Gladdy seid und tötet so viele Mobs wie möglich. Es ist nämlich so, dass auch innerhalb der Minion-Instanz der gesamte Loot, das bedeutet, ähm, Kaisinel, Pot, Pot, ne, nicht Vertrag, legendärer Vertrag, uralter Vertrag, ähm, vor allem weitere Minions, Level-4-Minions, droppen können. Und, ähm, damit ich hier nicht alles selber looten muss, um mich die ganze Zeit zu bücken, ist einfach mein Minion an, das lootet für mich und, äh, damit ist das für mich durch. Vor allem wenn man Gladdy ist, ist das sehr einfach, möglichst viele Mobs zu machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, als Kleriker und auch als Templer ist es ein bisschen stressiger. Templer geht, Kleri ist richtig ätzend. Ähm, also beim Kleri alle zu machen, ist halt einfach nur dumm. Hier, was ihr jetzt als Gladdy machen müsst, eben musstet ihr halt die Mobs töten. Und hier müsst ihr drei Bomben sammeln, damit ihr die Tür hinten sprengen könnt. Das heißt, wir könnten jetzt aufhören mit den Mobs, aber, ich nutze ja aus, dass wir Gladdy sind und wir uns, äh, durch alle Mobs durchdrehen können und macht das hier fertig. Übrigens, wenn ihr Kleriker seid, ist es so, dass hier ein Mage ist, der einen anderen Namen trägt. Im Deutschen sind überall Kampfmagier und ein normaler Magier, da müsst ihr den normalen Magier töten. Im Englischen ist es so, dass überall Battle-Mages sind und irgendwo steht ein normaler Mage. Den müsst ihr dann erledigen. Und dann, ähm, ist es das damit. Ihr müsst diese ganzen Sachen alle zügig durchziehen, denn wenn nicht, klaut euch am Ende, so wie in einem Video, das ich gemacht habe, euch ein Minion eure Belohnung. Und das ist doof. Und hier müsst ihr jetzt kurz Waffe einstecken, damit ihr das benutzen könnt. Oh, fünf? Okay, fünf, egal. Und dann könnt ihr die Tür aufsprengen. Und dann könnt ihr zum S-Boss gehen. Also ihr seht, ähm, mit einem Gladdy ist das sehr einfach. Was ihr durchaus machen könnt, ist nebenbei immer schön vor allem tickende Pods nehmen. Erst recht, wenn ihr Kleriker seid, Leute, das ist Mana-intensiv. Und jetzt heißt es wieder einfach beim Gladdy erstens G-S-Bam. Da meinte übrigens jemand, hey komm, nimm doch eine andere Transformation. Ja, die Attack-Speed geht hoch. Und es ist angenehmer, natürlich. Aber letztendlich ist das nicht das Essentielle hier drin. Ihr werdet hier nicht verlieren mit dem Gladdy, weil ihr nicht genug Attack-Speed habt. Natürlich ist es praktischer. Umso mehr Attack-Speed ihr habt, ihr merkt, es geht viel schneller. Wobei man bei anderen Wegen, wenn man dann wieder casten muss, ist es so eine Abwägung. Und jetzt habe ich vier Kisten. Das ist die Kiste dafür, dass ich mir keinen Pfad selber ausgewählt habe, sondern gesagt habe, mir ist egal, ob ich Gladdy-Templer oder Kleriker bin und ich gehe da einfach so rein. Und dadurch kriege ich jetzt auch hier diese Zusatzbox und den Minion-Vertrag, der hier ein Kerubiel ist. Also den Grunde nach nur dafür da ist, um andere Viecher aufzuleveln. Und ein bisschen Minoide vor allem. Und das Ess-Minoide ist halt das, wofür ich hier drinne bin. Wenn ich 80 habe, könnte ich nochmal versuchen, meinen kleinen Hyperion aufzuleveln. Ich weiß, er ist nicht perfekt für mich, aber als wenn ich irgendwann den perfekten für mich kriege. Also versuche ich es nochmal. Hat wieder gefehlt. Somit ist meine Chance fürs nächste Mal wieder hochgegangen. Leute, es ist nur eine Frage der Zeit, bis ihr eurer Ess-Minion hochlevelt, bis es dann Level 2 ist. Ihr könnt natürlich Glück haben und es schon bei sehr niedrigen Prozentsätzen haben, aber auf der anderen Seite als wenn. Deswegen ist es voll okay, ein bisschen zu warten, häufiger das zu versuchen und, und, und. Natürlich, ähm, wer die gerne grindet. Und wenn ihr unglaublich viel Zeit habt und mehrere A-Verträge grindet und euch mehrere Ess-Minions herstellt und natürlich das perfekte Ess-Minion für euch kriegt, Hyperion ist nicht gut für mich. Ja, eine Zeta wäre ich überglücklich, also um zusätzlichen Damage-Skill zu haben und nicht das hier. Oh, nochmal Gladi, praktisch. Das ist wirklich das Beste. Ich liebe es, Gladi zu sein. Ähm. Ich wieder anmachen. Zeta ist ideal und vor allem, ihr habt dann auch zusätzliche Untertypen, also beim Hyperion gibt es Hyperion of Challenge oder Hyperion of Combat, meine ich heißt der andere, und, und, und. Und die haben alle zusätzliche Zusatz-Stats. Er hier hat PvE-Dev, den er mir als zusätzlichen Stats gibt. Und er hat auch nicht so viel Magic Attack wie der of Combat oder wie auch immer der andere ist, der Offensive. Das ist natürlich doof. Aber ich sehe es so, ich werde niemals im Leben... Ach, ich bin im Sieb. Ich werde niemals im Leben... ...so lange farmen, dass ich das Perfekte kriegen könnte. Es kann natürlich immer per Glück passieren, dass ich irgendwo mal einen A-Vertrag droppe und dann die kombiniere und, hey, einen weiteren S kriege. Aber jetzt mal ehrlich als wenn. Ach, sorry, ich musste niesen. So, jetzt geht's weiter. Ähm. Ach, voll kann der die Maus verrissen. So, wieder dann denken hier zu looten, beziehungsweise seit Lootmule-Andeuter. Geht in den Goldsand-Shop, kauft das Item, um euch das Lootmule aktivieren zu können. Das ist wirklich das Wichtigste überhaupt. Ihr verliert so viel guten Loot, wenn ihr dieses Lootmule nicht laufen lasst. Und es ist so viel praktischer, als sich im Open immer wieder zu bücken nach Mobs. Ich hasse das. Also, wenn ich schon grinde, dann aber bitte mit Lootmule und nicht ohne. Ähm. Das wäre mir echt zulässig. Und man kann alle, oh, ich würde sagen zwei Wochen. Wobei, wir hatten jetzt den Reset, das ist ein bisschen verfälscht. Ähm. Ihr merkt übrigens Mana-Probleme, ne? Das ist intensiv. Ähm. Alle zwei, drei Wochen seid ihr in der Lage ein... Kann ich bitte... Hallo? Danke. Ein... S zu leveln versuchen. Habt ihr genug Esmeinoid? Wir können mal gleich gucken. Es ist immer unterschiedlich, wie viel ihr pro Run kriegt. Also, ihr könnt einen ganz glücklichen Run haben. Da habt ihr irgendwie um die 60 oder so. Und dann könnt ihr auch so um die 30 kriegen. Deswegen ist das ein bisschen abhängig davon, wie viel Luck ihr habt. Und ich bin nicht immer die luckigste Person. Sagt man es überhaupt so? Keine. Die Person mit dem meisten Glück. Machen wir es auf Deutsch. Die glücklichste Person. Mit dem unverschämten Glück aber auch. Wobei, mein Drop war echt unverschämt im Grind-Video, was ich gemacht habe. Aber auf der anderen Seite, seitdem habe ich nichts mehr gedroppt. Also, es ist alles von bis... So, Boss ist tot. Wir können hier nochmal looten. Können ja dieses Mal ein bisschen aufpassen, wie viel Minoid wir kriegen. Ich resette hier mal. Hier natürlich nichts. Da haben wir wieder das Fragment. Demnächst kann ich mir auch wieder einen uralten Vertrag herstellen. Dann haben wir hier 10 drin gehabt. Ja, 10. Ah, könnt ihr hier gucken. Dann hatten wir hier 15 in dem einen. Und hier nochmal 10. Das ist halt super. Der Nachteil ist nur, ich kann es nicht nochmal laufen. Es sind zwei Runs. Ihr könnt sie... Kann man sie zurücksetzen? Wieso ist der hier nicht weg? Ach, der ist da unten. Oh, habe ich den gar nicht... Irgendeine Tau auf Challenge-Zeug hier. Habe ich den gar nicht ausgewählt? Also, packt euch die wichtigen Instanzen bitte immer in die Favoriten rein. Da. Hä? Da unten so. Ja, nee, es ist angeblich übrigens, übrigens, ganz wichtig. Sonderwartung in der Nacht, dieser Nacht. Das heißt, ihr könnt heute laufen, morgen nochmal laufen. Weil wir ja die Zeitzerücksetzung haben. Und wenn ihr jetzt hier guckt, ich könnte nicht noch erneut... Ich re-enter gerade. Achtung, das ist re-entern, nicht neues entern. Also, das ist die gleiche Instanz wie eben gerade, die schon begangen war. Aber ich wurde halt jetzt eben in diesen Pfad reingeschickt und das da wäre der Templer gewesen. Da müsst ihr einen Mob befreien und Templer ist echt nicht schwer. Aber wie komme ich jetzt hier wieder raus? Da, okay, ich kann die Tür benutzen. Ist alles super. Ich kann euch nur empfehlen, die Instanz immer zu laufen. Ihr habt gesehen, sie ist nicht schwer. Sie ist vor allem nicht gearabhängig. Das ist das Wichtigste, was ihr hier sagen könnt, was ihr mitnehmen könnt. Es ist praktischer, einen Attack-Speed-Vertrag zu nutzen, wenn ihr gladi seid. Teils, teils bei dem anderen. Du machst beim Templer sehr oft den Swordwind oder wie auch immer das dann im deutschen Schwertwind. Und da ist Car-Speed dann wieder ganz nett. Also, da wäre wahrscheinlich eine Hybrid-Transformation ganz gut. Letztendlich, jede Transformation ist dort eine Hilfe. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg, wenn ihr die Minion-Instanz lauft und bis dann.